Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial und heute möchte ich mal eine Falle vorstellen, die mithilfe von Teppichen funktioniert. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel auf diesen Knopf drauf drücken, verschwindet unter uns der Boden, so und wir fallen in die Tiefe. Und ja, wie das Ganze aufgebaut ist und funktioniert, zeige ich euch jetzt mal. Als allererstes möchte ich euch mal das Grundprinzip dieser Falle vorstellen und zwar ist das so, eventuell ist es auch ein Bug, dass wenn wir hier Teppichen setzen und auf diese Teppiche nochmal Teppich raufsetzen und dann Wasser kommt und die unteren Teppiche zerstört, bleiben die oberen liegen. Und erst wenn wir das Wasser wieder ausschalten, klappen die zusammen und ja, das ist halt das Grundprinzip der Falle. Und ja, als erstes müssen wir hier ein paar Schilder hinsetzen, so, 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 ich mach das mit Escape, dann geht das schneller und ich muss nicht immer auf Done klicken. So, 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 so und so und dann müssen wir jetzt erstmal noch einen Rahmen hier rumziehen und so und dann müssen wir hier auf diese Schilder halt Teppich raufsetzen. Das ist hier ein bisschen komplizierter, aber auch machbar. So und dann hier müssen wir dann nochmal Teppich raufsetzen und ja und wenn wir das bisschen weiter tarnen wollen, dann müssen wir hier die Reihe und noch die Mauer halt ein bisschen höher ziehen. So und dann halt nochmal Teppich raufsetzen. So und dann müssen wir hier Dispenser platzieren. Wichtig ist halt, dass ein Abstand ist, weil wie wir dort gesehen hatten, wird beim ersten Wasser der oberste Teppich auch noch zerstört. Und ja, dann setzen wir hier mal, oder machen wir hier mal Wasser in die Dispenser hinein. So und dann setzen wir hier drei Redstone rauf. Hier kommt dann ein Block rauf und ja, hier kommt halt der Button ran. So und dann machen wir hier nochmal dicht. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel Teppich hinlegen, fällt diese Falle überhaupt nicht auf. So und ja, einmal dürfen wir jetzt drücken, weil bei diesem ersten Mal wird halt hier der unterste Teppich zerstört. Und wenn wir jetzt noch einmal raufklicken, dann fällt halt das Ganze in sich zusammen. So und der Spieler, der dort draufstehen würde, würde halt in die Tiefe fallen und entweder dort wegen Fallschalen sterben oder man macht da unten Lava hin. Ich hoffe, euch hat die Falle gefallen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!